Hallo und herzlich willkommen bei Geschichte Lernen Leichtgemacht. Mein Name ist Philipp und in diesem Video gebe ich euch einen Überblick über den Kalten Krieg. Was waren die Ursachen des Kalten Krieges? Was versteht man unter der Containment-Politik und der Truman-Doktrin? Was ist der Marshallplan? Was ist die NATO- und der Warschauer Pakt? Was bedeuten Stellvertreter-Kriege? Und wie kam es zu einer Entspannungspolitik im Kalten Krieg? Und vor allem, wie endete der Kalte Krieg? Diese und noch einige Fragen mehr werde ich euch in den nächsten Minuten beantworten und wie immer, kurz, kompakt und vor allem verständlich die wichtigsten Fakten erklären. Jetzt geht's los! Unter dem Begriff Kalter Krieg versteht man den Konflikt der Westmächte unter der Führung der USA und dem Ostblock unter der Führung der Sowjetunion. Kalt war der Krieg, da es, Gott sei Dank, nie zu einem direkten Aufeinandertreffen beziehungsweise zu einer direkten Konfrontation der beiden Supermächte USA und Sowjetunion kam. Vielmehr waren es auf dem militärischen Gebiet Stellvertreterkriege, in denen die beiden Supermächte unterschiedliche Parteien in Drittländern militärisch im Kampf unterstützten. Im weiteren Sinne war der Kalte Krieg, beziehungsweise der Ost-West-Konflikt auch ein Krieg oder ein Kampf der Systeme. Beide Systeme, sowohl das Westliche als auch das Östliche, beanspruchten, das einzig Richtige zu sein und natürlich das Bessere zu sein. So maßen sich die Systeme in einem stetigen Konkurrenzkampf, der sich nicht nur in einem militärischen Weltrüsten äußerte, sondern auf viele andere Bereiche auch ausdehnte, wie etwa die Raumfahrt, die Wissenschaft, die Kultur oder auch der Sport. Zeitlich wird der Kalte Krieg vom Ende des Zweiten Weltkriegs bis zum Zusammenbruch des Ostblocks eingeordnet. Von den Jahreszahlen her gibt es unterschiedliche Ansätze, die von 1945 oder 1947 bis 1989 oder 1990 reichen. Doch wie kam es nun zu diesem Konflikt? Russland, beziehungsweise die spätere Sowjetunion, wurde vom Westen seit der Machtübernahme der Kommunisten im Jahr 1917 abgelehnt und als eine Gefahr gesehen. Es ist daher nicht verwunderlich, dass etwa im russischen Bürgerkrieg, der auf die Machtübernahme der Kommunisten folgte, die Entente-Mächte, allen voran Großbritannien und Frankreich, die antikommunistischen Kräfte in Russland unterstützten und sogar mit eigenen Truppen aktiv in den Konflikt eingriffen. Nach dem Sieg der Kommunisten blieb das Verhältnis angespannt. Der Westen wollte nichts mit der Sowjetunion zu tun haben, die man immer im Verdacht hatte, durch die kommunistische Internationale, die kommunistische Weltrevolution in andere Länder exportieren zu wollen. Ihr Einfluss auf Europa sollte möglichst eingedämmt werden. Etwa die USA erkannten die Sowjetunion gar erst im Jahr 1933 als Staat an. Mit der Machtübernahme Stalins begann dann in der Sowjetunion eine bis dahin unvorstellbare wirtschaftliche und militärische Aufbauphase. Stalin wollte ohne Rücksicht auf Verluste in wenigen Jahren die Sowjetunion zur führenden Weltmacht aufbauen, Obwohl er mit seiner Doktrin Sozialismus in einem Land vordergründig die Sowjetunion aufbauen wollte und dem Expansionismus in den Hintergrund rückte, so ist diese expansionistische Politik nie richtig in den Hintergrund getreten, beziehungsweise wurde dieser expansionistischen Politik nie richtig abgeschwört. Stalin wollte die Sowjetunion so weit stärken, dass sie einem, wie er glaubte, unausweichlichen Konflikt gegen die imperialistischen, kapitalistischen Länder bestehen könnte. Denn Stalin, als er sich dann in den späten 1930er Jahren stark genug fühlte, begann er eine expansionistische Politik. Er verbündete sich dann ja auch, wie wir wissen, 1939 mit Hitler, um seinerseits das Baltikum, Finnland, Teile Polens und Rumäniens erobern zu können. Mit dem deutschen Überfall auf die Sowjetunion im Jahr 1941 trat Stalin dann in die Anti-Hitler-Koalition ein und kämpfte auf der Seite Großbritanniens und der USA. Doch schon bei der Konferenz von Yalta im Februar 1945 und vor allem dann mit dem Tod Präsident Roosevelt kurz darauf war die Einigkeit in dieser Anti-Hitler-Koalition vorbei. Denn Roosevelt hatte noch an eine friedliche Koexistenz zwischen dem kapitalistischen Westen und dem kommunistischen Osten geglaubt. Sein Nachfolger, Harry S. Truman, sah vielmehr die Realität. Und zwar das knallharte Expansionsstreben Stalins und seiner Sowjetunion. Bei ihrem Vormarsch Richtung Berlin hatte die Rote Armee ganz Osteuropa und Teile Mitteleuropas erobert und hielt diese besetzt. Stalin hatte in diesen Gebieten kommunistischen Bewegungen teilweise gewaltsam zur Macht verholfen. So entstanden in Osteuropa sogenannte kommunistische Satellitenstaaten, die von der Sowjetunion abhängig waren. Zu freien Wahlen, wie eigentlich unter den Alliierten vereinbart, kam es im Machtbereich Stalins nicht. Jegliche Opposition wurde unterdrückt und Stalin schirmte seine Satelliten gegenüber dem Westen ab. Winston Churchill warnte bereits im März 1946 vor dieser Entwicklung und zeichnete das Bild des Eisernen Vorhangs, der sich von Stettin an der Ostsee bis zu Triest an der Adria über den europäischen Kontinent gezogen hatte. Zunächst sah Truman die Politik Stalins in Osteuropa noch als legitime Wahrnehmung der sowjetischen Sicherheitsinteressen in gewisser Weise. Doch im Jahr 1946 änderte sich die Haltung der USA zur Sowjetunion und zu ihrer Politik deutlich. Denn Stalin war die Kontrolle Osteuropas nicht mehr genug. Er versuchte den Iran und seine Ölvorkommen dauerhaft unter die Kontrolle zu bringen, indem er versuchte Teile des Irans abzuspalten und dort kommunistische Marionettenregierungen zu installieren und andererseits im restlichen Iran eine kommunistische Regierung einzusetzen, die dann einer weiteren Besatzung durch die Rote Armee zustimmen würde. Nun drohte erstmals Präsident Truman mit dem Einschreiten der USA bis hin zum Atomeinsatz, sollte Stalin nicht wie vereinbart seine Truppen aus dem Iran zurückziehen. Ähnliche Versuche unternahm Stalin in der Türkei oder in Griechenland, indem er etwa kommunistische Partisanen unterstützte oder Gebietsansprüche stellte, um so starken Druck auf diese Länder auszuüben. Die sowjetischen Absichten hinter diesen aggressiven Auftreten analysierte der US-Diplomat George Cannon 1946 in seinem sogenannten langen Telegramm. In diesem legte er dar, dass es keine dauerhafte Regelung der Interessen zwischen den USA und der Sowjetunion geben könnte. Der Westen müsste unter der Führung der USA zusammenhalten und den Sowjets bei ihren sogenannten Probebohrungen die Stirn bieten. Denn würden sie auf harten Widerstand stoßen, dann würde sich die Sowjetunion zurückziehen. So könne man die Expansion des Sowjetimperiums, also diesen sowjetischen Imperialismus, gemeinsam eindämmen. Nichts anderes ist unter der sogenannten Containment-Politik, was ja wörtlich übersetzt Eindämmungspolitik bedeutet, zu verstehen. Angesichts des aggressiven sowjetischen Verhaltens im Iran, in der Türkei und auch in Griechenland, teilte Präsident Truman die Ansicht Kennens und formulierte im Jahr 1947 die sogenannte Truman-Doktrin. Er kündigte an, alle freien Völker zu unterstützen, die sich der Unterwerfung durch bewaffnete Minderheiten oder durch Druck von außen widersetzen. Das war eine ganz klare Botschaft an Stalin. Und zwar, dass die USA jedem Versuch der Sowjetunion, unabhängige Länder in ihren Einflussbereich zu ziehen, entgegentreten würden. Im Sinne der Truman-Doktrin begannen die USA im Jahr 1947 das größte Wirtschaftshilfsprogramm aller Zeiten, das European Recovery Program, besser auch bekannt als Marshallplan, benannt nach dem US-Außenminister Marshall. In Summe wurden rund 15 Milliarden Dollar von den USA an europäische Staaten angeboten, auch an die Sowjetunion, um ihre durch den Krieg zerstörte Wirtschaft wieder aufzubauen, eine geregelte Nahrungsmittelversorgung wiederherzustellen und vor allem auch Wohnraum für die Menschen zu schaffen. Das Kalkül der USA war es, dass Wohlstand in Europa die Menschen dort weniger anfällig für kommunistische Einflussnahme machen würde. Zudem hatte natürlich auch die amerikanische Wirtschaft ein Interesse, dass der Lebensstandard und damit auch der Konsum ihrer europäischen Nachbarn wieder steigen sollte. Für die Sowjetunion war der Marshallplan natürlich unannehmbar und sie sah ihn als einen Versuch, den amerikanischen Einfluss in Europa auszubauen. Die osteuropäischen Satellitenstaaten mussten auf die amerikanische Wirtschaftshilfe verzichten, obwohl einige sehr gerne am Marshallplan teilgenommen hätten. Die Sowjets antworteten dann im Jahr 1949 auf den Marshallplan und auf ein US-Wirtschaftsembargo, das wegen der ersten Berlin-Krise verhängt wurde. Und zwar mit der Gründung des Rats für gemeinsame Wirtschaftshilfe, der sogenannten Comecom. Damit war der gesamte Ostblock auch wirtschaftlich unter die Kontrolle der Sowjetunion gestellt worden. Deutschland wurde immer wieder zum Spielball und zum Schauplatz des Kalten Krieges. Denn hier trafen Ost und West direkt aufeinander und saßen durch die gemeinsame Besetzung Deutschlands nach dem Zweiten Weltkrieg irgendwie doch im selben Boot. Obwohl Stalin ein großes Interesse an einem neutralen Deutschland als Buffer zwischen den beiden Blöcken hatte, so wie es dann auch später mit Österreich umgesetzt wurde, war er zu größeren Zugeständnissen nur schwer zu bewegen. Die Westmächte sahen in Deutschland jedoch einen wichtigen Partner und befürchteten, dass ein geeintes, neutrales Deutschland rasch unter sowjetischen Einfluss geraten könnte, wie es mit den osteuropäischen Staaten auch passiert war. Daher wurden die Weichen für die Vereinigung der westlichen Besatzungszonen seitens der Westmächte gesetzt und das auch unter dem Risiko, dass Deutschland geteilt würde. Am 20. Juni 1948 wurden in den drei Westzonen die Deutsche Mark eingeführt, also eine Währungsreform umgesetzt, um wieder eine funktionierende Marktwirtschaft in Deutschland einzuführen, die dann in Folge Deutschland aufbauen sollte und diesen nachkrieglichen Tauschhandel auflösen sollte. Die Sowjets sahen in dieser Währungsreform dann einen Bruch des Potsdamer Abkommens, wonach Deutschland als eine wirtschaftliche Einheit zu wahren sei und was nun mit der Währungsreform in nur den drei westlichen Zonen ja nicht mehr möglich oder nicht mehr der Fall sei. Vier Tage später begannen die Sowjets als Reaktion darauf, die Berliner Westsektoren abzuriegeln und jegliche Warenlieferungen dorthin zu unterbinden. Damit wollten die Sowjets einerseits die Kontrolle über ganz Berlin erlangen beziehungsweise diese Kontrolle den Westmächten abpressen und in weiterer Folge ihren Einfluss auf ganz Deutschland ausweiten. Doch die 15 Monate dauernde Blockade verfehlte ihr Ziel. Denn die Westmächte konnten erfolgreich eine Luftbrücke installieren und genügend Lebensmittel und Brennstoffe nach Westberlin transportieren, um die rund zwei Millionen Westberliner über diesen Blockadezeitraum zu versorgen. Die erste Berlin-Krise, wie diese Blockade auch genannt wird, war der erste gefährliche Höhepunkt im noch jungen Kalten Krieg und verstärkte die Furcht vor einer sowjetischen Expansion im Westen. Nicht unerwartet kamen daher die nächsten Schritte im westlichen Lager. Im April 1949 wurden die drei Westzonen zur Bundesrepublik Deutschland zusammengefasst, worauf der Ostblock dann mit der Gründung der DDR im Oktober 1949 antwortete. Damit war die Teilung Deutschlands vollzogen und in Europa die Fronten des Kalten Krieges einzementiert. Ebenfalls im April 1949 wurde die NATO, also die Nordatlantische Allianz, als Verteidigungsbündnis der westlichen Staaten unter der Führung der USA gegründet. Hier gehörten bei der Gründung neben den USA auch Kanada, Großbritannien, Frankreich, Italien, Dänemark, Norwegen, Island und die Benelux-Staaten an. 1952 kamen dann Griechenland und die Türkei hinzu und 1955 dann auch die Bundesrepublik Deutschland, 1982 Spanien. Die NATO sollte die Sowjets vor allem abschrecken, indem sie festlegte, dass ein Angriff auf nur eines ihrer Mitglieder als ein Angriff auf alle Staaten betrachtet würde. In so einem Fall würden dann alle anderen Staaten dem angegriffenen Staat zu Hilfe kommen. Apropos NATO und Bundesrepublik Deutschland, mit der Gründung der Bundesrepublik Deutschland begann auch die Diskussion über die Landesverteidigung und über die sogenannte Wiederbewaffnung Deutschlands. Obwohl 1949 die Wiederbewaffnung in Deutschland noch abgelehnt wurde, war im Hinblick auf die Verschärfung des Kalten Krieges in den beginnenden 1950er Jahren die Aufstellung deutscher Streitkräfte nur mehr eine Frage der Zeit. Denn sowohl die westlichen Alliierten wollten ein bewaffnetes Deutschland in ihren Reihen gegen den Ostblock haben, als auch die deutsche Regierung und der Bundeskanzler Konrad Adenauer forcierte eine Wiederbewaffnung. Im Jahr 1955 wurde dann die Bundeswehr gegründet und Westdeutschland trat der NATO bei. Wenige Monate später zog natürlich der Ostblock bzw. die DDR nach, indem die sonst schon militärisch organisierte, kasernierte Volkspolizei zur NVA, der sogenannten Nationalen Volksarmee, wofür NVA steht, umgewandelt. Aber nicht nur die NVA wurde im Ostblock als Reaktion auf die Wiederbewaffnung der Bundesrepublik und den Beitritt der Bundesrepublik zur NATO gegründet. Im Jahr 1955 im Juni trat der Warschauer Pakt in Kraft, der ein militärisches Gegenbündnis der Ostblockstaaten zur NATO darstellte. Damit band die Sowjetunion ihre Satellitenstaaten in Osteuropa noch enger an sich und sicherte sich auch damit das Recht zu, ihre Truppen weiterhin in Osteuropa stationieren zu dürfen. Denn mit der Anerkennung der DDR als eigenständigen Staat und mit dem österreichischen Staatsvertrag im Jahr 1955 wären für die Sowjetunion die Begründung ihrer militärischen Präsenz in den osteuropäischen Staaten, nämlich die Sicherung der Versorgungs- und Verbindungslinien zu ihren Besatzungszonen weggefallen. Zu Beginn der 1950er Jahre nahm der Antikommunismus und die Angst vor der Sowjetunion in den USA enorm zu. Man spricht auch von der sogenannten McCarthy-Ära. Denn die Sowjets hatten im Jahr 1949 eine eigene Atombombe gezündet und somit war das amerikanische Atommonopol Geschichte. Und in China hatten Maos Kommunisten den Bürgerkrieg gewonnen und die Volksrepublik China ausgerufen. Somit war ein weiteres riesiges Land unter kommunistische Herrschaft geraten und in Korea tobte ein blutiger Stellvertreterkrieg. Diese Umstände erlaubten es Präsident Eisenhower und seinem Außenminister Dals ihre Rollback-Strategie umzusetzen, die als eine verschärfte Variante der Condemn-Politik zu sehen ist. Es ging nun nicht mehr nur darum, die Ausbreitung des Kommunismus einzudämmen, sondern den Kommunismus aktiv zurückzudrängen. Dies führte zu einer Reihe von Stellvertreterkriegen und vor allem zu dubiosen Partnerschaften der USA mit diktatorischen Regimen, vor allem in der dritten Welt, die sich auf die Fahne geschrieben hatten, den Kommunismus zurückzudrängen. Ein weiterer Baustein dieser Strategie war die massive Vergeltung. Diese besagt, dass jeder Angriff auf ein NATO-Mitglied einen vernichtenden nuklearen Vergeltungsschlag gegen die Sowjetunion zur Folge habe. Rund um die UdSSR wurden Stützpunkte mit Kernwaffen errichtet und befreundete Staaten von den USA massiv mit Rüstungsgütern versorgt. Damit sollte die Sowjetunion noch weiter abgeschreckt werden, zumal die USA noch einen deutlichen Vorsprung in der nuklearen Rüstung und im nuklearen Arsenal hatte. Im März 1953 verstarb dann der sowjetische Diktator Josef Stalin und es kam erstmals eine Hoffnung auf Entspannung im Kalten Krieg auf. Stalins Nachfolger Nikita Kustchow propagierte zwar seine These von der friedlichen Koexistenz, doch zu einer Aufweichung der Fronten kam es nicht unbedingt. Zu tief war das Misstrauen zwischen den Supermächten bereits geworden. Erst nach dem Schrecken der Kubakrise kam es zu einer Entspannung unter dem Leitbegriff der friedlichen Koexistenz. Im Kalten Krieg gab es immer wieder Phasen, in denen die tödliche Konfrontation zwischen den zwei Supermächten bzw. den zwei Blöcken immer wieder kurz bevorzustehen schien. Der erste, unter Anführungszeichen, heiße Krieg war der Krieg in Korea. Nachdem die sowjetischen und amerikanischen Besatzungstruppen im Jahr 1949 abgezogen waren, Korea war ja als Teil Japans nach dem Zweiten Weltkrieg von der Sowjetunion und von den USA besetzt worden, war in der ehemaligen sowjetischen Besatzungszone ein kommunistisches Regime und der Kim Il-sung entstanden und an die Macht gekommen und im Süden regierte der von den USA unterstützte Diktator Syngman Reh. Beide wollten Korea unter ihrer Herrschaft wieder vereinen. Im Juni 1950 überrannten dann die von den Sowjets ausgestatteten und ausgerüsteten nordkoreanischen Truppen Südkorea, was die USA dazu bewegte, in den militärischen Konflikt einzugreifen. Auf der einen Seite unterstützten nach dem amerikanischen Eintritt in den Konflikt neben den Sowjets auch das kommunistische China-Nordkorea, sodass es zu einem militärischen Padt kam. Der Konflikt forderte 4 bis 5 Millionen Tote und endete 1953 mit der Teilung Koreas in zwei Staaten. Und diese Teilung ist ja, wie wir wissen, bis heute noch aufrecht. Ebenfalls 1953 schlugen die Sowjets den Volksaufstand in der DDR blutig nieder und 1956 wurde ein Ausschie an Ungarns aus dem Ostblock durch den massiven Einsatz der Roten Armee verhindert. Im Jahr 1958 wurde die Berliner Mauer errichtet und so der Ostblock komplett vom Westen abgeschottet. Ebenso wurde der Prager Frühling im Jahr 1968 vom sowjetischen Panzer niedergewalzt, nachdem demokratische Reformen in der Tschechoslowakei von der dortigen Regierung umgesetzt werden wollten. Die Sowjets duldeten praktisch kein Ausscherm eines ihrer Satellitenstaaten aus dem Ostblock. Diese Militäraktionen der Sowjets bzw. des Warschau-Pakts wurden aber auch vom Westen geduldet. Und zwar, weil es sich im Einfluss bzw. im Machtbereich der Sowjetunion abspielte und der Westen sich davor hütete, in diesen Machtbereich einzudringen. Im Kongo und dann vor allem auf Kuba kam es zu einer verschärften Konfrontation der Supermächte. Die Kuba-Krise 1962 markierte einen Punkt in der Geschichte, an dem die Welt tatsächlich am Rande eines Dritten Weltkriegs stand und damit am Rande der Auslöschung. Grund für die Krise war eine Stationierung sowjetischer Mittelstreckenraketen auf Kuba, die die USA in wenigen Minuten erreichen konnten. Eigentlich reagierte die Sowjetunion damit auf die Stationierung von US-Raketen in der Türkei. Doch Präsident Kennedy konnte dies nicht zulassen, nachdem die US-Aufklärung die Raketen entdeckt hatte. Würden die Sowjets die Raketen aus Kuba nicht abziehen, drohten die USA mit einem Angriff auf die Karibikinseln. Schlussendlich einigte man sich dann darauf, dass die Sowjets ihre Raketen aus Kuba abziehen würden und die USA im Gegenzug ihrer Raketen aus der Türkei. Von 1955 bis 1975, also ganze 20 Jahre lang, fand in Vietnam ein Stellvertreterkrieg zwischen den von China und der Sowjetunion unterstützten Nordvietnamesen und den von den USA und vom Westen unterstützten Südvietnamesen statt. Im Zuge dieses Anfangs-Entkolonialisierungskrieges, also der Vietnamesen, die sich von der französischen Kolonialherrschaft lösen wollten, kam es dann in Folge zu einem Bürgerkrieg der Vietnamesen untereinander und 1964 wurden dann auch die USA in diesen langwierigen und verlustreichen Krieg verwickelt. Was für die USA Vietnam war, war für die Sowjets Afghanistan. Dort waren die Sowjets im Jahr 1979 einmarschiert und bis 1989 engagiert und konnten, wie die USA in Vietnam, das Land nie vollständig unter ihre Kontrolle bringen. Ein zermürbender Guerillakrieg, der vor allem von den USA unterstützten Mujahedin, also den Gotteskriegern, geführt wurde, zehrte an den Ressourcen der wirtschaftlich bereits schwer angeschlagenen Sowjetunion. Ab der Mitte der 1960er Jahre begann eine Phase der Entspannung zwischen den Blöcken. Im Jahr 1969 begann sogar ein Prozess zur Abrüstung und zur Begrenzung von Nuklearwaffen, die sogenannten SALT-Verträge. 1970 entspannte sich auch die Situation in Europa, in dem der deutsche Bundeskanzler Willy Brandt mit seiner neuen Ostpolitik und den Ostverträgen sich an Polen und die Sowjetunion annäherte. Und es kam dann 1972 auch zur gegenseitigen politischen Anerkennung der BRD und der DDR im sogenannten Grundvertrag. Ein weiterer wichtiger Schritt zur Entspannung war die Konferenz für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa, kurz KSZE. Bei dieser Konferenz kamen 34 Staaten zusammen, darunter alle NATO-Staaten und alle Mitglieder des Warschauer Pakts und die neutralen und blockfreien Staaten Europas. Es wurden vertrauensbildende Maßnahmen beschlossen, um in Zukunft besser zusammenarbeiten zu können. Etwa sollten große Militärmanöver angekündigt werden, wirtschaftlicher, wissenschaftlicher und kultureller Austausch gefördert werden und natürlich auch die politische Zusammenarbeit verbessert werden. Am Ende dieses Prozesses wurde 1975 die Schlussakte von Helsinki beschlossen, in der viele Absichtserquerungen unterzeichnet wurden. Es ging dabei etwa um die Unverletzbarkeit der Grenzen, den Verzicht auf die Androhung von Gewalt, die friedliche Regelung von Streitfällen oder auch die Nicht-Einmischung innerer Angelegenheiten usw. Nach einer letzten Phase des Rüstungswettlaufs, Stichwort NATO-Doppelbeschluss, in den späten 1970er Jahren, kam im Jahr 1985 in der Sowjetunion Michael Gorbatschow an die Macht. Er hatte ein schweres Erbe angetreten, denn durch das letzte Wettrüsten mit den USA und den Krieg in Afghanistan hatte die Sowjetunion einen großen Schuldenberg angehäuft. Die Wirtschaft im gesamten Ostblock stagnierte, der technologische Rückstand gegenüber dem Westen hatte sich deutlich vergrößert und die Investitionen in neue Wirtschaftszweige, etwa in die Entwicklung von Computern oder den Ausbau der Konsumgüterindustrie, waren im Ostblock verabsäumt worden. Gorbatschow wusste, dass die Sowjetunion abrüsten musste, da sie sich ihr militärisches Arsenal einfach nicht mehr leisten konnte. So kam es zu Abrüstungsvereinbarungen zwischen den Supermächten. Parallel dazu leitete Gorbatschow ein großes Reformprogramm ein. Unter den Schlagworten Perestroika und Glasnost versprach Gorbatschow eine Wende in der Wirtschaftspolitik und einen schrittweisen Abbau der Planwirtschaft sowie die Demokratisierung des Landes durch freie Wahlen, Gewaltenteilung, Meinungs- und Pressefreiheit. Diesen neuen Wind aus Moskau spürten auch die sowjetischen Satellitenstaaten in Osteuropa. Ein militärisches Eingreifen der Sowjetunion, wie schon in den Jahren zuvor als Aufstände und Demonstrationen dort niedergeschlagen wurden, war jetzt nicht mehr zu befürchten. Und daher begannen erneut Massenproteste und Streiks etwa in Polen oder in der Tschechoslowakei, die dann auch zum Sturz der kommunistischen Regime in diesen Ländern führten. Auch in der DDR begannen Massenproteste und die Berliner Mauer fiel im November 1989. Und nicht einmal ein Jahr später, am 3. Oktober 1990, wurde Deutschland wieder vereint. Schließlich begannen auch Unabhängigkeitsbestrebungen in der Sowjetunion selbst, indem Sowjetrepubliken sich drohten, von der Sowjetunion abzuspalten. Etwa die baltischen Staaten. Gorbatschows Wirtschaftsreformen scheiterten. Und der ökonomische Zusammenbruch der Sowjetunion zeichnete sich ab. Die Sezessionsbestrebungen und das wirtschaftliche Chaos destabilisierten das politische Machtgefüge in der Sowjetunion derartig, dass es dann auch schlussendlich zum Zerfall der Union und damit auch zum Ende des Kalten Krieges kam. So, das waren nun die wichtigsten Infos zum Kalten Krieg. Wenn euch mein Video gefallen hat, dann freue ich mich über ein Like, ein Abo meines Kanals oder über eine weitere Empfehlung. Nutzt auch die Kommentarfunktion, wenn ihr etwas anzumerken habt. Ich freue mich immer über eure Kommentare. Bis zum nächsten Mal.